Moin Leute. Moin. Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video der Playlist Wahrscheinlichkeitsrechnung schauen wir uns ein Baumdiagramm an und die Summenregel, die damit automatisch mitkommt. Wir schauen uns Baumdiagramm bei einstufigen Zufallsexperimenten an. Genau, was ist einstufige Zufallsexperimente? Wenn eine Münze einmal geworfen wird oder ein Würfel wird einmal geworfen, nicht zweimal hintereinander. Oder du wirst eine Karte gezogen. Eine Karte oder auch eine Urne. Eine Kugel wird aus einer Urne gezogen. Genau. Zwei Stufige kommen dann später in der Playlist. Müsst ihr gucken. Genau. Schauen wir mal. Wenn wir hier so eine Aufgabe haben, wird dazu oft ein Baumdiagramm gefordert. Ihr könnt es ja mal selber probieren. Wenn ihr es nicht hinbekommt, zeigen wir es euch gleich. Pausiert mal. Ein Baumdiagramm sieht so aus, man kann es von oben nach unten zeichnen oder von links nach rechts. Ist egal. Wir machen es mal von oben nach unten. Es geht hier los und wir gucken uns an alle Möglichkeiten, die es gibt. Und für jede Möglichkeit machen wir uns einen Strich oder das nennt man auch einen Pfad. Genau. Der Pfad führt zu 1, die gewürfelt werden kann. Der zu 2, 3, 4, 5, 6. Für jede Zahl, die gewürfelt werden kann, kommt ein eigener Pfad hin. An den Pfad kommt die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 1 würfeln, ist ein Sechstel. Für 2 auch ein Sechstel. Das ist jetzt hier beim Würfel so, dass es überall ein Sechstel ist. Genau. Und das ist halt übersichtlich. Ihr seht, das ist recht übersichtlich. Es wird später komplizierter. Deswegen ist ein Baumdiagramm ganz gut. Auch wenn ihr hier denkt, ach hier weiß ich es doch auch so. Ist okay. Aber es wird irgendwann, kann ich euch versprechen, sehr hilfreich. Und die 4 hat die Wahrscheinlichkeit genau 1 Sechstel. Und so schreibt man es auf. Das ist auch wichtig. P, Klammer auf. Und da steht, was ich sozusagen, wovon ich die Wahrscheinlichkeit berechne. Klammer zu. 1 Sechstel. Nächste Aufgabe, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine ungerade Zahl ist. Schauen wir uns hier mal die Ergebnisse an. 1 ist ungerade, die 3 und die 5. Die anderen sind alles gerade. Also wir haben 1, 2, 3 Möglichkeiten, eine ungerade Zahl zu ziehen. Jetzt können wir aber auch die Summregel anwenden. Die Summregel besagt, gibt es mehrere gewünschte Ereignisse. Haben wir ja. 1, 3 und 5. So addiert man die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit für die 1 war 1 Sechstel, für die 3 war 1 Sechstel und für die 5 war 1 Sechstel. 1 Sechstel plus 1 Sechstel plus 1 Sechstel. Aus der Buchrechnung sollten wir kennen, der Nenner wird einfach hingeschrieben. Wenn er gleichnamig ist, das ist er hier. Und die Zähler werden addiert. 1 plus 1 plus 1 ist 3 Sechstel. Aus der Buchrechnung sollten wir dann nochmal kennen, dass wir das kürzen können. 3 Sechstel gekürzt ist 1 Halb. Genau. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Das ist ungerade. Das ist ja logisch. Gerade ist auch 1 Halb. Keine 6. So schreibt man das auf. In Klammern. Keine 6. Ja, keine 6 heißt ja 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich addiere, die Summenregel sagt ja alle Wahrscheinlichkeiten. 5 Mal, haben wir das gleiche Spiel, ist 5 Sechstel. Oder es gibt einen kleinen Trick. Keine 6 kann ich auch machen, indem ich sage, ich mache einfach die 6, die Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel. Und dann nehme ich einfach die Gegenwahrscheinlichkeit, weil das viel einfacher ist. 1 minus 1 Sechstel, weil 1 ist ja 100% und keine 6 ist ja nur 1 Mal. Das ist sozusagen eine 6 vorkommt, 1 Sechstel. 5 Sechstel komme ich auch drauf. Das könnte man, die 1 kann man ja als 6 Sechstel schreiben. 6 Sechstel minus 1 Sechstel ist 5 Sechstel. Hier unten haben wir nochmal die Summenregel hingeschrieben, weil sie halt so wichtig ist. Ja. Mit der Summenregel kriegt man diese Aufgaben hin. Und sie ist auch für später sehr wichtig. Genau. Im nächsten Video geht es weiter. Es gibt schon zwei einen Teil, wo wir das ein bisschen vertiefen und immer uns weiter vorarbeiten. Also Daumen bleiben, ne? Jo. Ciao. Ciao.